Hallo! Hattet ihr nach dem letzten The Lego Movie auch tagelang den Song Hier ist alles super im Kopf? Wir schon. Das Action-Adventure The Lego Movie 2 Videogame will jetzt mit einem noch krasseren Ohrwurm punkten. Aber das ist nicht alles, was der Lego-Titel anders macht. Wir hatten TT-Games zu Besuch und sie haben uns ein paar Level des Spiels gezeigt. Wir verraten euch, wie unser erster Eindruck war. The Lego Movie 2 ist seit dem 7. Februar 2019 in den deutschen Kinos. Am 28. Februar kommt der Film als Spiel hierzulande in den Handel. Für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch. Erneut muss der Normalo Emmett mit seiner Freundin Wildstyle alias Lucy die Welt retten. Besser gesagt die Galaxie. Denn die droht von General Mayhem mit Stickern überseht zu werden. Klingt komisch, ist aber Lego. Wir nennen es Apokalypsstadt. Was für ein fürchterlicher Ort. Mittlerweile leben Emmett und seine Freunde in Apokalypsstadt, die gewaltig an eine Lego-Version von Mad Max erinnert. Neben altbekannten Charakteren wie Batman und Benny gibt es insgesamt 212 Figuren, die ihr freischalten könnt. Und es geht ein bisschen Back to the Roots. Die Lego-Männchen und Frauchen reden nicht mehr. Jetzt mummen sie noch vor sich hin und geben lustige Laute von sich. Genial. Dafür gibt's aber ne Erzählerin, damit ihr auch wisst, was vor sich geht. Im Gegensatz zu anderen Lego-Titeln setzt The Lego Movie 2 Videogame nicht auf die Fähigkeiten einzelner Persönchen, sondern vielmehr auf das itemorientierte Spiel und das Bauen. Die große 3D-Umgebung bietet vier Platzzimmer Kunden und ihr findet überall Baupläne für sogenannte Key-Builds. Das sind Items wie Trampoline oder Wassersprengler, die jeder Charakter bauen kann. Dazu braucht ihr nur die Bausteine aufsammeln, die hier rumliegen, wenn ihr etwas zusammenkloppt. Neben diesem Stein solltet ihr aber auch nach den versteckten Masterpieces Ausschau halten. Die sind wichtig für größere und besondere Gebäude und Fahrzeuge. Zusätzlich hat jede Figur eine einzigartige Build-Attack, mit der mehrere Gegner auf einmal von der Bildfläche entfernt werden können. Emmets treuer Doppeldecker-Couch verwandelt sich zum Beispiel in einen Transformer, aber nicht Optimus Prime. Diese Attacken könnt ihr auch gut gebrauchen, denn die unterschiedlichen Gegnertypen bestehen meist aus den viel zu großen Duplo-Steinen. Mit ihrer farbenfrohen Natur wirken sie freundlich, aber sie sind es nicht. Auch die Boss-Gegner sind aus diesen Blöcken und zum ersten Mal in einem Lego-Titel sind sie so derart gigantisch. Da könnt ihr euch auch nicht nur auf eure Baumeister-Talente verlassen. Ihr müsst die Umgebung, bestimmte Items und eure Fähigkeiten kombinieren, um die Riesen zu Fall zu bringen. Wenn sie besiegt sind, erhaltet ihr oft Relikte. Mit denen schaltet ihr neue Figuren, Items oder Fahrzeuge frei. Aber das war's noch nicht mit dem Gameplay in The Lego Movie 2 Videogame. Ihr habt ein ganzes Universum von Möglichkeiten, wortwörtlich. Denn das Spiel ist in drei Galaxien unterteilt. Das Erkundersystem, das Sistersystem und der Rand der Galaxie. Letztere wird aber erst nach Release aktiv, dann aber völlig kostenlos. Diese Sonnensysteme haben auch mehrere eigene Planeten. Unter ihnen sind auch ein Weltraumplanet und eine Sandbox-Welt. Auf diesen Kugeln trefft ihr sogar sowas wie Außerirdische. Denn neben den Duplo-Steinen, die ja offensichtlich anders sind, wird es erstmalig Minidolls wie Theo in einem eigenen Lego-Spiel geben. Die sind spielbar und sehen verdammt lustig aus, wenn sie laufen. Wie ihr merkt, verraten wir euch noch nicht zu viel zur Story. Das liegt vor allem daran, dass der Film gerade erst in Deutschland erschienen ist und wir noch niemanden spoilern wollen. Aber ihr seht, The Lego Movie 2 Videogame wird ein spannender Titel, denn das sind die Lego-Spiele immer. Aber auch mehr Herausforderung für die älteren Spieler steckt laut TT Games drin. Wir sind auf jeden Fall gespannt! Seid ihr es auch? Dann schreibt uns doch in den Kommentaren, auf was ihr euch am meisten bei diesem Lego-Titel freut. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Abo und ein Like da, um mehr von unseren Videos zu sehen. Interessieren euch News und Berichte zu anderen Spielen? Dann besucht uns doch auf pcgames.de! – roads – – Untertitelung des ZDF, 2020